Hintern hoch heute mit Bodypump! Das Gute an Bodypump ist ja, obwohl es ein Gruppenkurs ist, du kannst dich trotzdem die ganze Zeit selber im Spiegel anstarten. Also wenn es um Bodypump geht, dann werde ich ja glatt emotional, weil das war der allererste Gruppen-Fitnesskurs, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Bodypump ist irgendwie so mein Baby. Und ich habe halt selber auch gemerkt, dass die Figur sich am schnellsten mit Bodypump verändert, also wenn man einsteigt. Und deshalb würde ich das wirklich allen ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Das ist ein motivierendes, unterhaltsames Ganzkörpertraining mit Langhandeln bei abwechslungsreicher Musik. Also das ist Marcella. Marcella ist seit Jahren gefühlt in jedem krassen Kurs hier im Club und bei Bodypump, ja, sie ist die kleinste und nimmt die schwersten Gewichte. Zeig mal deinen BITOPS, komm bitte. Äh Caro, wie viele Kalorien haben wir verbrannt? Genug. 1 2 3 3 5 Untertitelung des ZDF, 2020